Malzahres, ihr Flügelhorn-Spieler. Herzlich Willkommen zurück zu South Park, the Fractured Butthole. Ich komme immer noch nicht über die letzte Episode weg. Das war so super lustig. Ach man, man ist nie zu alt für Furzwitze. Also, Kinder, ist ein Artefaktplatz. Schriftrolle der 1000 Winde. 72, das ist schon gar nicht so schlecht. Siegel der Freiheit hätten wir sonst noch anzubieten. Ist eigentlich noch ein bisschen besser. Nehmen wir den. Gut, dann können wir noch ein bisschen was craften. Artefakte zum Bleistift. 90, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kritischer Trefferscharm, Bonus verbündeten Gesundheit. Herr damit. Ein epischer Handwerker, den können wir aber auch gerade noch machen. Das kann der. Atomkreuzer, der wäre natürlich cool. Dann können wir noch ein Macaroni-Bild erschaffen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und ich hatte so ein Wiederbelebungs-Serum gerade verschwendet. Darum nehme ich den auch noch. Allerdings gab es den auch irgendwie als verbesserten, meine ich. Oder nicht. Okay, so. Und vielleicht gerade noch unsere Kostüme einmal checken, ob es da irgendwas Tolles, Neues gibt. Aber eigentlich bin ich mit dem Metroid-Helm ganz zufrieden. Wenn ich ehrlich bin. Der Anzug ist ein bisschen langweilig, das gebe ich zu. Da muss irgendwas Neues her. Hier, der himmlische Anzug. Der ist doch super. Okay, das hat auch was. Na gut, den gibt es jetzt hier. Also. Und dann geht es auch weiter. Wir sollten, glaube ich, zum Kuhn zurück. Ich komme immer noch nicht auf dieses Flügelhorn, klar. Ich fand das super genial. Also, in meinem Haus gibt es erstmal noch was Schickes, Neues. In meiner Spielzeug-Truhe. Darum würde ich vielleicht sagen, dass wir da erstmal gerade reinschauen, bevor wir zu Cartman rüberschlendern. Wir sollen Chaos in der Bank treffen. Oh, fucking cow. Have another glass of Chardonnay, why don't you? I have to drink to deal with you. That marijuana is changing you somehow. At least marijuana is natural, not like grapes. You're fucking hot. Maybe so, but I'm not telling everyone our child's secrets. Go be paranoid some more in your room, Chris. Have another drink, Kelly. Go be paranoid some more in your room, Chris. Have another drink, Kelly. Oh, hey, kiddo. Daddy's gonna go upstairs to his room. Mommy's gonna go get a drink. Ach, was für eine liebenswerte Familie. Go away, sweetie. This is Mommy's crying time. Okay. Da will ich natürlich nicht stören. Oh, jede Menge. Jede Menge neuer Kram. Ach, wir können mal wieder gucken, was Daddy so in seinem Zimmer macht. Was frisst der denn da? Frisst der da Brownies oder was? Es sieht immer so aus, als wenn er sich Scheiße in den Mund steckt. Man weiß es nicht. Also jetzt geht's rüber nach Cartman. Und dann wollen wir mal gucken, was die Coons... äh, beziehungsweise Coons and Friends uns sozusagen haben. Wir als alter Freedom Pals Verräterschwein. Keine Mädchen erlaubt. Ich habe übrigens in dem Coonsstagram Verlauf gesehen, warum er das Kennwort geändert hat. das eine Mal, das war nämlich wegen Wendi. Beziehungsweise wegen Callgirl. Great job, Hero. Those Freedom Palser have no idea, you fuck them over. Hey, don't touch that. Alright, guys, listen up. But Lord has discovered that the Freedom Pals are infiltrating the police station tonight. We have to get there before they do. The police station? We can't take down the police, are you crazy? Yeah, just let the Freedom Pals go do it. We can't do that, guys. Why not? Because at approximately 10.30 a.m. this morning, Classy was arrested by the police. How do you know? Yo, what the fuck? You cape-want little bitches said you protect my ass. They only giving me one motherfucking phone call, so y'all niggas better come and get me the fuck out of here, lame-ass superhero wannabe motherfuckers. We have to help her, fellas. We made a promise. If we let Freedom Pals go do this on their own, then we're the douchebag franchise they say we are. But why would Freedom Pals work with us? Don't forget the new kid is all buddy-buddy with Freedom Pals now. But Lord can trick them into an assault on the lower level of the police station, and meanwhile we'll sneak in and bust Classy out. We're probably gonna get the Freedom Pals killed. And then whose superhero franchise would be number one? We did make a promise to Classy. Everyone get home and get to bed. We have a big job to do tonight. That'll be all, but Lord. Go home and wait to hear from the Freedom Pals. What? What do you want now? What? Again with the puppy eyes. Are you fucking kidding me right now? No, new kid, absolutely not. You cannot have another class. Look, I'm sorry about what happened to your mother. I know that you want closure, but... Oh. No, I guess I don't know how it feels. You're right. You're right. Maybe you should have just one more class. Okay, Klasse Nummer 4. Gadgetmeister, Pflanzmagier oder den Kampfsportler. Er beherrscht Rückstoßangriffe und fortgeschrittene Schnitttechniken für Bonsai-Bäume. Natürlich. Pflanzmagier ist ein Heiler. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich noch ein paar Heilungszauber hätte, aber andererseits finde ich Heilzauber ziemlich langweilig. Explosive Spielzeuge... Explosive Spielzeuge klingt schon gar nicht so schlecht. Oh, ein Gadgeteer, wie Tupperware. Are you rich, too? Hmm, ja, okay. You were laying in bed and you heard your mom screaming. You walked out into the hallway? As a Gadgeteer-Hero, you knew you could answer these intruders mit whatever Inventions you had in store. Es ging diesmal relativ schnell, dass ich auf dem Flur gekommen bin. Hä? Ich platziere einen Turm, der direkt... Oh, okay. Schau, Junge, wir sind nicht hier, um zu spielen. Naja, 20 Schaden ist jetzt nicht so der Burner, ne? Okay, also von dem Turm bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Ein explosiver Roboter. Nach deinem Abbild, ja, danke. Nach deinem Abbild, ja, danke. Ja, der ist doch schon mal vernünftig. Auts. The intruders moved in to retaliate. But your electric device is a gift that keeps on giving. The remaining intruder moved in. Without any of your inventions available, he was able to get in a critical hit. Gah! Severe damage. It was time to call your final and most powerful invention to your side. The airborne annihilator. Deine Drohne. Okay. 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 You kids and your damn toys. You ran to your parents' door. And before anything bad could happen, you ran inside to protect your mom. But you were too late. Your dad totally fucked her. Oh, it must be tearing you apart inside. How people can do that to other people, I just, I'm so sorry. Anyway, we got work to do tonight. I'll see you at the police station. There's nothing more to talk about. I'll be in touch tonight, after your parents think you're sleeping. So, Kostüm ablelegen, das heißt, wir müssen gleich wieder aus unserem Haus fliehen. Das wird auch wieder ein ganz schöner Akt werden, glaube ich. Das letzte Mal waren, glaube ich, schon drei Schlösser. Der sieht so ultra gay aus. So, Charakterbuchung von Kuhn, auch nicht schlecht. So, was ich mal gerade noch machen wollte, war meine Craft zu checken. Denn, ich habe immer doch gar nichts Neues, oder doch? Ne, das sind doch die normalen. Ach, da ist er, Gertrude Meister. Okay, da wollte ich nämlich den hier nehmen. Jetzt habe ich natürlich nur noch blaue. Ist eigentlich auch blöd, ne? Naja, wir gucken uns das mal an. So, also, ab nach Hause. Es gibt gar kein Abendbrot. Was ist los? Was ist los? Stupid bitch. Na dann, ab ins Bett. Sweetie, you forgot to eat your dinner. Mommy put it down on the table. Das wird auch mein. Come on, honey. Gotta eat your supper. Did you put more of that stuff in our child's food? Shut your fucking mouth! How do we know that medicine doesn't have side effects, huh? You know our child needs the medicine as much as I do. You drunken whore! Fucking pothead! How dare you make our child's food size! You put the medicine in his food too! I'm not having anyone's food size! Go on down and eat your supper, man. Haha, seine Augen. Okay, also wieder aufstehen und dann gibt's doch noch was zu futtern. Hatte mich ja schon gewundert. Nom 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 nom. So, jetzt sa va. Okay, also wieder aufstehen. So, also jetzt müssen wir hier wieder irgendwie rauskommen. Mal gucken, was er jetzt sich Neues überlegt hat für uns. Gucken, wie viel Schlösser es jetzt sind. Nicht eins. Super. Super. Hm. It's about time. You know how hard it is to look mysterious when you're just standing around in some kid's front yard? It's pretty fucking hard. I'm glad you're with us, new kid. It's been tough being the only one on the team with real superpowers. While all the other kids are playing and working on their franchise plans, I'm stuck defending the city against evil. With barely any time to work on my pitch for a Mysterion spin-off movie. Sometimes it feels like a curse having these powers. You know how it is. Because you're like me. I'm sure the power of your ass weighs heavy on you. There is no way. No way. No way. That kid is sneaking out tonight. Well, you better hope not. It's fucking crazy out here. Was geht ab je nachts? Tina, where'd you go? Tina, where'd you go? Tina! Tina, die! Haha, you dick party. Haha, you dick party. No, ma'am. No, please don't. I'll be a good bye, I promise. You can't drown what you can't. Haha, haha, haha. Haha, really? Haha, but if you don't like it. Haha, I'm not sorry. Seriously, get the fuck out of here though. Hey, you kids shouldn't be wandering around, this is adult time. Hey little picture hunter you find here the good stuff? Never give up. Haha, what is the hell los? Hahaha. Hahaha Jöng-jöng-jöng Hier ist der Plan. Once wir in die Polizei, Tool Shed und die New Kid setzen und dann die... Wait a minute. What the fuck? Ja, come on, guys. We gotta get inside the police station. What are you assholes doing here? We're here to investigate a hot lead regarding the South Park Police. Ah! That's what we're doing! Oh, no. No, no. This is our superhero mission, Freedom Pals. Fuck you guys. Get lost before there's a fight! Fellas! Fellas! Have we all forgotten there's a little girl in trouble in there? Fast pass is right. I suppose that just this once we should put our petty differences aside and work together. All right, Mysterion. What's the plan? I think some of us should cause a diversion. Make the cops head towards it so the rest of us can sneak in without the cops noticing. Good idea. Coon friends will go up the fire escape and cause the diversion so Freedom Pals can sneak in the front. This is all pretty coincidental. Did you guys just steal our lead again? Innocent people are being arrested Tool Shed. That's all that matters to us. It should be all that matters to you. Okay, Coon friends up the fire escape. Come on, guys. Stand by. We gotta wait for the diversion. Come take a look at this. Oh man, that's strong shit. Yeah, does this coke seem a little off to you? No, no, this is sweet. You guys want to call some hookers? What the fuck was that? Come on, let's check it out. Bring the coke. Alright, come on, but lord. The coast is clear. Oh, sir, criminal! And he's with an innocent child! Code red! Assault on the precinct! Wow, I didn't see that coming. No, not really. Yeah, who's going to take the bloody tongue for us? Damn. Damn. Damn, Hacker. Ah, okay. It's open. Ah. Ah, shit. I guess we're dealing with these guys ourselves. Thank God. Thank God. Ah, shit. I guess we're dealing with these guys ourselves. Thank God. Thank God. Thank God. Ja, ich fürchte, wir werden kämpfen. Haha, wer ist sauber? Na, da wollen wir mal. Besiege die korrupten Cops. Na, ich wollte doch... Das Ding ist noch austauschen, Tupperware. Na, gut, schauen wir mal. Dauts. Ohhhh. Oh, man, oh, crap, those things are dangerous! It is I. Wonder tweak! It is I. It is I. Here comes the shot! That fucking tweaker shocked me! It's time. It's time to shine. It's time to shine. You won't see me coming. Another one down. Shit, we need backup. Oh shit, there's a black kid here! Oh shit, it's time for the Tupperware party! Warum treffe ich denn ihn hier nicht? Ach, der steht hinter ihm. Aha, okay, jetzt sah so aus, als würde er davorstehen. Weep not for thine enemies. They're like total assholes. Hope I remember to charge my taser. You're farts are freaking me out, butthole. The weather is about to turn! My schnitzel off. I'm freezing my schnitzel off. You have like the best combat protocols, dude. Target acquired. Schwere, einen offensiven Schützturm? Wusste ich gar nicht, dass er das kann. Na, ich kann natürlich auch nirgendswo jetzt hinstellen hier. Auch blöd. Na, hier. Okay. Auts! Jo, ordentlich. Das geht. Okay. Why are these criminals so good at resisting arrest? For love and justice. Wonder tweak. Super. Super. That's enough. Just stand down, kid. Look. I know why you're here. You're fed up. Because you think all cops do is harass black people. I know that to a young kid it can seem like cops are racist and bigoted, but you can't believe what the media tells you. Cops are just people. Like you. Your friends. Your family. People who work hard to- Spook! Oh! Tupperware! Dammit, Levinsky! Get your ass upstairs! Sir! And turn on the alarm! That fucking asshole shot at me! Get him! This isn't going to get any easier, but those cops need to pay. That... Wow, 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 wow. That looks like an override switch. I don't know how to get past that turret, though. Ja, das werden wir uns gleich mal angucken hier. Ich werde wahrscheinlich... Ach, genau. Ich werde wieder meinen Zeitfurz, beziehungsweise meinen Pausefurz machen müssen. Aber das machen wir erst im nächsten Teil. Danke euch fürs Zuschauen. Und im nächsten Teil geht's weiter hier mit South Sparkle Fractured, but whole. Here we go! Okay. Within the right... There is no care.